Portugal und Frankreich trennen sich im Viertelfinale der EM 2024 0 zu 0 bzw. 5 zu 3 oder 3 zu 5 nach Elfmeterschießen. Es war am Ende bitter für die Portugiesen, die ganz, ganz unglücklich ausscheiden. Ich meine, Elfmeterschießen ist immer sowieso so eine Sache. Einer ist immer der Dumme oder der Torwart wird zum Helden, wie man ja im letzten Spiel der Portugiesen gesehen hat. Allerdings muss ich sagen, gerade die erste Hälfte hat nicht das versprochen, finde ich, nach was es klang. Ich meine, Portugal und Frankreich, die standen ja nicht umsonst schon mal gegeneinander im EM-Finale. Also irgendwas müssen die ja drauf haben und da war eigentlich kaum was zu spüren. Es gab mal ein, zwei Aktionen hier auf beiden Seiten, aber vielleicht einen Ticken mehr Frankreich besser. Aber ja, viele Aktionen waren da jetzt nicht, deswegen ja auch 0 zu 0 der Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte würde ich sagen, war es besser, auch noch nicht perfekt, aber die Chancen kamen dann so ein bisschen. Das kam dann so, ich sage mal Mitte der zweiten Halbzeit, wurde es intensiver. Auf beiden Seiten gab es Chancen über Chancen und ich sage mal so, Magnon und der portugiesische Keeper haben auch supermäßig gehalten. Costa heißt er, jetzt bin ich wieder auf den Namen gekommen. Also ich muss ehrlich sagen, dieses Spiel hat eigentlich kein 0 zu 0 verdient gehabt. Das muss ich ehrlich sagen, gerade gegen Ende nochmal, wo die Franzosen richtig aufgedreht haben. Alleine Dembélé, der ja wirklich Chancen über Chancen hatte und da waren richtig Gefährliche dabei, wo auch Costa sehr gut reagiert hat. Und ja, so ging es in die Verlängerung. Es gab auch wieder auf beiden Seiten Chancen, würde ich sagen. Aber jetzt nicht mehr so unbedingt das zwingende Beidermannschaften, hat man auch so das Gefühl gehabt, haben sich mit dem Elfmeterschießen abgefunden, beziehungsweise wollten sich irgendwie reinretten. Zumindest kam es mir so vor. Mbappé wurde ausgewechselt, der schien angeschlagen zu sein. Ist natürlich bitter, weil er ein sicherer Elfmeterschütze ist. Ja, und dann ging es ins Elfmeterschießen. Portugal natürlich gestärkt vom letzten Mal. Und ja, Ronaldo hat ja die Seitenwahl gewonnen, beziehungsweise gewonnen, wer anfängt. Er wollte, dass die Franzosen anfangen. Das wurde dann auch so gemacht. Ich muss sagen, die Elfmeter waren alle sehr präzise geschossen. Die waren wirklich sehr, sehr gut hart platziert. Da kann der Torwart eigentlich nichts machen. Und ja, der Depp, muss man ja leider sagen, war in dem Fall João Felix, der den dritten Elfmeter für die Portugiesen leider etwas zu genau platzieren wollte. Und leider nur den Pfosten traf bitter für die Portugiesen, die natürlich nachziehen mussten, beziehungsweise hoffen mussten, dass die Franzosen einen verschießen. Das war leider nicht der Fall. Der Geper von Portugal hatte auch keine Chance diesmal. Die waren alle zu platziert geschossen, beziehungsweise hatte er die Ecke nicht. Und sicherlich kann man jetzt sagen beim letzten Mal, okay, die sind ihm ja quasi in die Hand geschossen worden. Trotzdem musst du den Ball erstmal halten und die Ecke haben. Und da hat einfach heute auch irgendwo das Glück gefehlt. Und ich glaube auch nicht, wenn er immer die Ecke gehabt hätte, dass er den gekriegt hätte. Dafür waren die einfach zu gut geschossen. Fakt ist, Frankreich steht jetzt im Halbfinale gegen Spanien. Das wird sehr, sehr intensiv. Ich würde sogar behaupten, der Gewinner dieser Partie wird Europameister. Denn ich glaube, das könnte sehr, sehr spannend werden. Und vor allem sehr intensiv. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Abonniert nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video. Und ciao.